Wer bin ich? Bin ich eine Raser? Oder eher ein Genießer? Will ich die Realität abbilden? Oder eine komplett neue erschaffen? Bleibe ich am Boden? Oder will ich hoch hinaus? Bin ich völlig straight? Oder einer von den Schrägeren? Hau ich auf den Putz? Oder flüstere ich dir was ins Ohr? Zeige ich mich von meiner schönsten Seite? Oder mache ich ein großes Drama? Du entscheidest. Ich bin Dein Film Dein Film Als du immer wieder mir zwisch ist Ich bin Edgar